Wie funktioniert Diabetes-Software? Diabetes-Software ist eine Software, mit der Benutzer ihren Diabetes überwachen und verwalten können. Wie Diabetes-Software funktioniert, hängt von den in der Software verfügbaren Funktionen ab und davon, wie ein Benutzer sie verwenden möchte. Durch die Eingabe relevanter Daten in die Software können Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel überwachen, ihre Medikamente einnehmen, ihr Training nachverfolgen und sogar ihre medizinischen Fachkräfte per E-Mail über Ergebnisse informieren. Die Funktionen der Diabetes-Software können in den vielen auf dem Markt verfügbaren Programmen variieren. Die Art der von einem Benutzer gewählten Software hängt weitgehend von seinen Bedürfnissen ab. Alarmfunktionen werden häufig in Diabetes-Software gebündelt. Diese Warnungen können eingerichtet werden, um Benutzer daran zu erinnern, wann sie Medikamente einnehmen müssen, oder um sie zu warnen, wenn die Ergebnisse der in das Programm eingegebenen Daten einen potenziell gefährlichen Zustand anzeigen. Mit vielen Software-Optionen können Benutzer ihre Glucose-Ergebnisse zur einfachen Bezugnahme aufzeichnen, verfolgen und grafisch darstellen. Sie können auch die Nahrungsaufnahme überwachen, beispielsweise die Kohlenhydrataufnahme, und Informationen über das Gewicht nachverfolgen. Medikamente sind für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil bei der Behandlung von Diabetes. Mit bestimmter Software können Benutzer ihre Insulindosen und Pillenpläne verfolgen. Bewegung kann bei der Behandlung von Diabetes hilfreich sein. Mit einigen Software-Optionen können Benutzer ihre körperlichen Aktivitäten aufzeichnen, um sicherzustellen, dass sie genug Bewegung haben, um die Symptome zu bekämpfen. Einige Software-Programme verfügen möglicherweise über eine Funktion, mit der Benutzer die Ergebnisse der in die Software eingegebenen Daten per E-Mail an ihre Angehörigen der Gesundheitsberufe senden können. Mit dieser Funktion werden Ärzte-Teams immer über den aktuellen Gesundheitszustand der Benutzer informiert. Wenn Benutzer persönliche Aufzeichnungen über die Ergebnisse führen möchten, sollten sie nach Software-Optionen suchen, mit denen sie die Ergebnisse ausdrucken, sichern oder die Ergebnisse per Fax oder E-Mail an sich selbst senden können. Allgemeine Diabetes-Software kann Datenbanken mit Informationen über Diabetes und dessen Verwaltung enthalten. Diese Datenbanken können Glossare, Texte, Behandlungen und Vorschläge enthalten. Software kann sogar Erste-Hilfe-Anweisungen für diejenigen geben, die befürchten, einen Insulinschock oder ein diabeteses Kummer zu erleben. Fortgeschrittene Diabetes-Software bietet Anwendern die Möglichkeit, potenziell schädliche Gegenstände zu vermeiden. Beispielsweise bietet bestimmte Software eine Scan-Funktion für Lebensmittel oder Kosmetika. Der Scan gibt dann Ergebnisse aus, die dem Benutzer zeigen, ob schädliche Zusätze von Inhaltsstoffen in den Produkten vorhanden sind. Diabetes-Software ist für viele Arten von elektronischen Plattformen verfügbar. Software zur Verwaltung und Überwachung von Diabetes kann auf Computern und Telefonen installiert werden. Es kann sogar über Websites zugegriffen werden. Bevor Sie eine bestimmte Software herunterladen, sollten Sie sicherstellen, dass die Software mit dem Betriebssystem kompatibel ist, auf dem Sie sie verwenden möchte.